Ein Mercedes-Benz C180 steht hier zum Verkauf. Der silberne Kombi ist fünftürig und bietet Platz für fünf Personen. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 95.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2009. Der Kombi bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Dachrailing, Einparkhilfe und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Benziner eine Leistung von 156 PS an das Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 7,7 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF, 2020